Geh mit der Zeit, sonst gehst du mit der Zeit. Es ist ein bisschen wissigierig nach was Neuem, nach Zukunft, nach was kommt, wie können wir was verbessern, was ändern. Mein Name ist Markus Kaiser. Ich habe hier an der FH Campus Wien im Bachelor Angewandte Elektronik studiert und im Master Green Mobility. Ich bin tätig beim ÖMTC, bin Experte für Elektromobilität im Bereich Konsumentenschutz und Mitgliederinteressen im Team Technik, Test und Sicherheit. Was haben Sie im Bachelor? Wir haben im Bachelor eine Vertiefungsrichtung erneuerbare Energiesysteme gehabt und da war ein Fach hinein, eine Vorlesung, war das Thema Elektromobilität. Und das war vielleicht mit auch ein bisschen ein Entscheidungsgrund, den ich mich schon vorher interessiert, sogar vor dem Bachelorstudium eigentlich schon. Und das war sozusagen die Initialzündung, okay, das ist das, was ich machen will. Also das will ich im Master dann auf jeden Fall weitermachen, da will ich mich vertiefen, weil einfach dort wirklich mein Interesse ist. Da habe ich wirklich gemerkt, okay, dieses Zusammenspiel von Fahrzeug, wahrscheinlich ein bisschen ein Schrauber am Fahrzeug, das hat mir immer schon Spaß gemacht, mit meiner Ausbildung eben in die Elektronikrichtung, Elektrotechnik. Das ist das halt, da habe ich mir gedacht, okay, das spielt so viel zusammen. Da kommen neue Herausforderungen neben Fahrzeug, auch das Thema Ladeinfrastruktur. Und das ist das, wo ich mich wirklich vertiefen möchte und wo ich wirklich mehr darüber erfahren will. Ja, im Endeffekt für den täglichen Gebrauch bei mir in meinem Job nahezu alles. Also ich kann wirklich auf sehr, sehr vieles zurückgreifen, seien es technische Aspekte, sei es ökologische, ökonomische Aspekte, das bisschen wirtschaftliche, aber auch soziale Aspekte. Vor allem, sage ich einmal, fahrzeugseitig die Technik natürlich. Wie ist die Batterie aufgebaut? Wie ist es im Wechselrichter? Was ist der Motor? Wie spielt das Ganze zusammen? Aber auch Ladeinfrastrukturseitig, was wird im Bereich der Ladetechnik benötigt? Wie spielt das zusammen zwischen die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladestation? Das sind alles Faktoren, auf die ich wirklich täglich zurückgreifen kann. Wie ist die Technik von Elektromobilität? Doch, relativ einfach, muss ich sagen. Ich habe relativ rasch eine gute Position, eine gute Stelle gefunden. Man muss aber auch wirklich sagen, aktuell, dass das Thema Elektromobilität boomt. Das heißt, es wird wirklich sehr viel gesucht in dem Bereich. Mit der Ausbildung Elektromobilität hat man wirklich sehr viele Möglichkeiten. Es ergeben sich da sehr viele Themenfelder. Da hat man sicher auf jeden Fall die Möglichkeit und sehr rasch die Möglichkeit, dass man da eine gute Position in einem Unternehmen findet. also ich habe einfach da die Position, wie ist die Technik von Elektromobilität? Ja, das ist das Das ist das das Mitbe Ю� der Knie.